Diese zum Kauf angebotene neuwertige Gaststätte steht in Mönchengladbach-Reit. Dieses Wirtshaus wurde im Jahr 1956 erbaut und 2008 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wirtschaft verfügt über eine Terrasse für Gäste. Die Schähenke entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Gesamtfläche von ca. 250 Quadratmetern weist das Wirtshaus eine Gastraumfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis der Wirtschaft beläuft sich auf 89.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020